Na, ist das ein geiler Ausblick? Ja, herzlich willkommen im Paradies. Hier mal ein kleiner Rückblick. Im Juni 2022 war ich für drei Nächte im Hotel Secrets Capcana. Zum nunmehr vierten Mal, weil es mir in diesem Hotel einfach so super gut gefällt. Gebucht hatte ich eine Junior Suite Ocean View im Preferred Club und bekam dann sogar ein kostenloses Upgrade auf eine Junior Suite Ocean Front im Preferred Club. Das ist eine Kategorie höher. Und in diesem Video habe ich mal ein paar Impressionen zusammengestellt, um euch zu zeigen, warum es mir dort so gut gefällt. So, hier geht es in die große Lobbyhalle. Ich zeige euch jetzt mal mein Zimmer. Guckt mal mit. Ja, wie man sehen kann, mein Zimmer. Ich mache mal auf. Hier rein spaziert. Ich habe eine Junior Suite Ocean View gebucht im Preferred Club und habe hier ein ganz tolles Zimmer bekommen, direkt am Strand. Hier das übliche Safe, da auch eine Durchreiche für den Zimmerservice. Bademäntel, alles was dazugehört. Dann ist hier eine Nespresso Maschine. Ein paar Leckerchen für zwischendurch hier unten die Minibar. Die darf natürlich nicht fehlen. Die ist ganz gut verstückt, finde ich. Alles was man braucht, um sich mal zwischendurch zu erfrischen. Hier Ablagen für Bekleidung. Großer Fernseher darf natürlich nicht fehlen. Ja, ein riesiges Bett. Ventilator unter der Decke. Dann ein Tablet hier für die Bestellung von diversen Services. Da kann man auch Restaurants buchen. Das geht natürlich auch über die App mit dem eigenen Handy. Ja, aber jetzt können wir auch direkt mal rausgehen und die tolle Aussicht genießen. Ja, ist das nicht traumhaft? Hier eine kleine Badewanne auf dem Balkon. Jetzt geht es mal hier ins Bad. Eine riesige Dusche mit zwei Kopfduschen. Da passt doch eine halbe Fußballmannschaft rein. Ja, hier zwei Waschbecken. Und hinter der Glastür, oh Wunder, eine Toilette. Ja, das ist mein Zimmer. Hier werde ich jetzt die nächsten drei Tage verbringen. Und danach geht es weiter ins nächste Hotel. Und jetzt noch ein paar Impressionen vom Hotel Secrets Capcana in der Dominikanischen Republik. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020